Das kleine Gespenst Laban wohnte auf dem Schloss Knisterstein. Dürfen wir helfen, den König zu erschrecken? Okay. Hups! Ein Gespenst! Ein Gespenst! Die Königin war wirklich sehr stolz auf ihr schönes Schloss. Und auf ihre Gespenster. Ach, wie gerne wäre das kleine Gespenst Laban auch so furchterregend wie sein Papa. Aber der Prinz erschreckte sich kein bisschen. Ich bin kein bisschen schrecklich. Ich glaube, aus mir wird nie ein richtig schreckliches Gespenst. Ich finde, du bist auf jeden Fall das Liebste auf der Welt.